Hey Freunde, ich wollte euch mal diese Pflanze zeigen. Die ist total krass. Die habe ich jetzt seit sechs, sieben Jahren. Die haben mir meine Nichten zu Weihnachten geschenkt und die ging bis vor, ich schwöre es, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber die ging bis vor drei, vier Wochen gerade mal bis hierher, wo die Schnur ist. Das waren gerade mal so sieben, acht Stacheln. Guckt euch das Ding mal an. Volles Monster. Sieht man, wie Orgonie der Pflanzen wirkt, aber ich muss sagen, es ist nicht bei alle gleich. Ich meine, sie sind alle gesund, aber es sind ein paar dabei, vor allem Kaktus, witzigerweise, die explodieren. Also das ist ja ein Monster. Ich hoffe, der frisst mich nicht mehr irgendwann, wenn er so weiter wächst. Jo, zeige ich noch die Ladestation. Da stelle ich ab und zu mal Campbuster. Ich habe circa, weiß nicht, jetzt 20 so kleine Mini-Campbuster am Laufen. Und ab und zu stelle ich mal wieder einen rein für ein paar Tage und lade sie hier auf. Bergkristalle raus, Federn raus, alles putzen. Das ist südseitig hier, das Fenster scheint schön die Sonne hin. Natürlich werden die Steine dann auch verbaut, die Organiten. Ja, den brauchen wir welche. Jo, das war's. Ich wollte euch mal das Ding da zeigen. Ich muss das jetzt umtopfen, weil sie ist umgefallen. Sie hat Übergewicht bekommen. Das ist echt unglaublich. Ich mache vielleicht im Sommer nochmal ein Video. Merkt es euch, wie groß sie ist. Naja, das war's. Ciao, ciao.